Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die neue Kaleidos Kollektion. Und zwar sieht die so aus. Der Karton, in dem die Produkte kommen, ist auch wirklich schön in dem Design, in dem auch die Produkte sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb habe ich sie auch im Karton gelassen. Und zu der neuen Kollektion gehören eben zwei Lidschattenpaletten, die wir heute testen werden. Und es gehört auch eine Facepalette dazu, in der eben ein Puder drin ist, ein Bronzer, meine ich, und ein Konturprodukt. Genau, das testen wir heute mal. Und dann testen wir auch noch einen Highlighter dazu. Ja, das ist eine andere Farbe wie die, die ich schon mal ausgetestet habe in meinem anderen Kaleidos Video. Falls ihr das sehen wollt, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Klickt dort da auch gerne mal rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Dann starten wir mal mit der Konturpalette. Die sieht so aus. Ich habe auch alles noch in den Umverpackungen gelassen, weil ich die so wunderschön finde. Und dann klappt ihr das hier einfach auf. Und dann habt ihr wie so ein Geschenk verpackt, so ein bisschen, eure Konturpalette. Und ich habe mir die Cool & Light Palette bestellt, da ich ja eher ein sehr heller Typ bin und auch einen kühlen Unterton habe. Und die Palette sieht so aus. Ihr habt einmal so ein dickeres Plastikstück, auf dem eben steht, für was es ist. Und habt dann die Palette mit einem Fill-Ton, steht dran. Also das ist so ein helles Puder. Und dann habt ihr eben die Shade-Farbe. Das ist für mich so das Konturprodukt. Und Chisel, finde ich, kann man auch zum Konturieren oder so ein bisschen zum Bronzen benutzen. Genau. Das Design, finde ich, wunderschön. Also die Verpackung fühlt sich auch wahnsinnig hochwertig an. Ist eine Pappverpackung, aber relativ schwer. Und auch so, wie es aufgemacht ist, finde ich, sieht es einfach toll aus. Und ich würde dann auch sagen, wir starten und benutzen mal diesen Ton, um so ein bisschen zu konturieren. Dafür nehme ich mir meinen Lieblingspinsel. Das ist der Morphe R14. Mit dem konturiere ich meistens. Und wir gehen mal in den kleineren Ton rein. Da muss ich gleich sagen, es ist sehr schwierig, mit so einem größeren Pinsel in dieses kleine Pfändchen reinzugehen. Weil wenn ich da rein tippe, dann gehe ich auch gleich noch mit ins Puder. Hätten sie vielleicht ein bisschen größer machen können. Aber okay. Und dann benutzen wir das mal, um so ein bisschen zu konturieren. Aber so dürfte die Farbe eigentlich ganz gut passen bis jetzt. Ja, sieht ganz gut aus. Ich würde aber jetzt nochmal in den bisschen größeren Ton gehen. Und damit nochmal drüber. Die Töne sind auf jeden Fall gut pigmentiert. Wie ihr sehen könnt. Und lassen sich aber auch schön ausblenden. Ja, doch. Also gefällt mir gut. Von der Farbe her passt es auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Töne sind gut pigmentiert, aber jetzt nicht zu stark. Und sie lassen sich auf jeden Fall schön ausblenden doch. Also gefallen mir ganz gut. Das Negative daran ist, wie gesagt, ich finde das Pfändchen ein bisschen klein. Also gerade mit so einem Pinsel, der jetzt auch nicht so riesig ist. Mit dem komme ich schwer in das Pfändchen rein. Aber der Ton oder die Töne, ich habe ja diese beiden ausprobiert, die gefallen mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die Palette, denke ich, werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Doch. Gefällt mir gut. Und die Preise zu den Produkten würde ich euch unten in die Infobox schreiben. Das sind dann nochmal die Töne geswatcht. Also die sind wirklich butterweich. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so weiche Produkte gefühlt. Da habt ihr einmal diesen Puderton, dann den ein bisschen kühler, stichigen Kontorton und den Ton, der eher wie so ein Bronzer für mich ist. Und die Töne müssten mir auf jeden Fall alle drei passen. Also wirklich ein butterweiches Produkt und doch gefällt mir gut. Also die Palette kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt nochmal einen kleinen Nachtrag dazu. Und zwar habt ihr im Packaging, was ich nicht gesehen habe, nochmal eine Anleitung, welcher Ton für was benutzt werden soll. Und der Shade-Ton, also der kleine in der Mitte, der soll wohl benutzt werden, um die Nase zu konterieren. Konterieren bis hier hoch. Dann macht es natürlich Sinn, dass es ein bisschen schmaler ist, weil dann muss ich ja nicht mit so einem großen Pinsel rein, wie ich jetzt rein bin. Und dafür ist der Shisel-Ton da, der ist da, um eben die Wangen zu konturieren. Da nehme ich meine Kritik zurück. Also immer das Packaging lesen, Sina. Es macht auf jeden Fall dann Sinn, dass der Ton kleiner ist, weil wenn ich mit einem Konturpinsel reingehe, um nur die Nase zu konturieren, dann ist der natürlich auch schmaler. Also, Kritik ist zurückgenommen. Dann habe ich nichts Negatives zu sagen. Blush habe ich mir mal schnell noch drauf gemacht. Und dann testen wir einen Highlighter aus. Der gehört jetzt zwar nicht zur neuen Kollektion, aber da mir der Highlighter letztes Mal nicht so gut vom Farbunterton gefallen hat, aber von dem an sich, wie er performt hat, dachte ich, teste ich noch einen anderen aus. Und dieser Ton heißt Star Surfer. Ist auch wieder in dieser schönen Verpackung. In dem Metallkästchen sozusagen. Und sieht so aus. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, der gefällt mir dieses Mal besser vom Unterton. Der andere war ja eher so sehr, sehr peachig. Und da ich ja eher ein Fan von neutralen Highlightern bin, bin ich jetzt sehr gespannt und hoffe, dass mir der besser gefällt. Weil der eher zwar so einen leichten Pink-Peachstich drin haben sollte, aber doch eher noch in die natürliche Richtung gehen sollte. So wie es zumindest auf der Homepage stand. Ja, also er hat so einen leichten Peach-Unterton drin, auch so ein bisschen pinky, aber viel, viel weniger als der andere. Also das gefällt mir schon mal viel besser. Jetzt gehe ich aber mal kurz noch mit meinem Finger rein. Da sieht man es ja oft besser. Und ihr seht so einen leichten Pink-Unterton. Aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Ja, aber sehr, sehr schön. Also von der Performance her fand ich den anderen ja auch schon gut. Aber jetzt so. Das ist auf jeden Fall eher eine Farbe für mich. Also falls ihr einen eher natürlichen Highlighter sucht, dann kann ich euch den Star Surfer empfehlen. Der ist wirklich schön und eine Top-Qualität. Also ja, wirklich cooles Produkt. Und ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ihr bei Kaleidos eben auch sehr, sehr außergewöhnliche Töne findet, was Highlighter angehen. Also grün, gelb, blau, rot. Also da findet ihr an sich alles an Untertönen, was es so gibt. Und falls ihr sowas sucht, dann würde ich sagen, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Weil die Qualität ist wirklich super. Also auch eine absolute Empfehlung. Und ich finde auch, das Packaging ist sehr schön. Ja, es ist ein bisschen bulky, aber es ist was sehr Außergewöhnliches. Und das gefällt mir eben an Kaleidos so gut. Dann kommen wir mal zum Herzstück der Kollektion. Und das sind die zwei neuen Lidschattenpaletten. Auch die habe ich mal in der Verpackung gelassen, weil ich die eben so schön finde. Das heißt, auch hier geht ihr wieder hier rein. Das ist ein bisschen schwieriger manchmal. Und klappt das so auf. Und dann öffnet sich das auch hier wieder wie so ein kleines Geschenk. Und da drin habt ihr dann die Lidschattenpalette. Und zwar ist das die Luna Lavender. Die kommt auch wieder mit so einem Plastikding, auf dem die Namen stehen. Und die Palette sieht so aus. Das ist eine schöne lila Palette. Also ich glaube, ihr könnt euch oder ihr könnt erahnen, warum ich diese Palette haben musste. Ich habe selten so eine schöne Palette gesehen. Also die Töne stechen einem sofort ins Auge. Und auch die lila Töne sind wunderschön. Und wenn ihr was Neutrales machen wollt, dann könnt ihr das trotzdem, weil ihr eben auch zwei Brauntöne hier drin habt. Die werden wir auf einem Auge auf jeden Fall austesten. Und auch die Palette hat wieder dieses übliche Kaleidos-Design, bei dem ihr sie eben so schön aufklappen könnt. Falls ihr aber eher was Neutrales sucht, dann gibt es noch die Palette. Die lässt sich auch wieder so aufklappen. Und dann habt ihr da drin eben auch wieder die Palette, die so vom Design her aussieht. Und das ist die Sashimi City Palette. Und wie schon gesagt, falls ihr eher was Neutrales sucht, dann ist das die Palette für euch. Auch die finde ich wunderschön von den Farben. Also ich weiß nicht, wie Kaleidos das macht, aber die Lidschattenpaletten sprechen mich einfach jedes Mal an, die in diesem Format kommen. Wunderschöne Color Stories immer. Sehr außergewöhnlich zum Teil auch. Ja, jetzt diese nicht. Die ist eher neutral gehalten, aber vom Design her einfach ein absoluter Traum. Und wir schminken auf jeden Fall einen Look mit dieser Palette und einen Look mit der Lida-Palette. Meine Lida habe ich schon geprimed, wieder mit dem McPain-Pod und auch gesettet. Und ich würde als erstes mal mit der neutralen Palette anfangen, die wie gesagt so aussieht. Und in welchen Ton gehen wir denn als erstes? Ich würde in den hier gehen und den geben wir uns mal in die Lidfalte auf. Und dann schauen wir mal. Bei Kaleidos müsst ihr übrigens darauf achten. Die Paletten werden, meine ich, aus China verschickt. Das heißt, es kann etwas länger dauern. Also ich glaube, bei mir hat das jetzt fast einen Monat gedauert, bis die Produkte da waren. Das steht aber auch immer auf der Homepage mit dabei. Ich meine, für Deutschland steht dabei, dass es bis 21 Tage dauern kann. Ich glaube, länger war es jetzt auch nicht. Also ein Monat im Gefühl her, aber ich meine, es war nicht länger als 21 Tage. Und ja, da müsst ihr eben drauf achten. Zoll zahlen musste ich bis jetzt noch nie, was das angeht. Also das kam auch immer direkt zu meiner Haustür. Es wird über Hermes verschickt und kam dann auch immer so direkt an meine Tür. Versandkostenfrei gibt es, meine ich, ab 75 Dollar. Die Preise sind nämlich in Dollar dort angegeben. Und ja, also ich persönlich schaue, dass ich immer versandkostenfrei bestelle. Deshalb hatte ich mir zum Beispiel auch noch den Highlighter mit dazu bestellt. Ich wollte eh einen testen und dachte mir, gut, dann bin ich über versandkostenfrei drüber. Also ich bin so ein kleiner Sparfuchs, was Versandkosten angeht. Ich weiß nicht, seid ihr auch so? Also ich bestelle dann lieber nochmal ein Produkt dazu und zahle dann ein bisschen mehr, als dass ich Versandkosten zahle und eben nichts dafür bekomme sozusagen. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch so geht. Ja, der Ton ist auf jeden Fall sehr, sehr schön pigmentiert und hat sich jetzt so auch toll ausblenden lassen. Ja, sehr schöner Ton, doch. Und als nächstes gehen wir dann in diesen Ton hier. Da nehmen wir uns aber ein bisschen kleineren Pinsel. Und den geben wir uns eben so ein bisschen mehr am Rand auf. Und blenden den aber auch noch mit in die Lidfalte rein. Nur ein bisschen tiefer gehalten. Auch der ist sehr, sehr schön pigmentiert und lässt sich auch jetzt, finde ich, gut mit in den anderen Ton einblenden. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und als dritten Schritt nehmen wir uns dann einen noch kleineren Pinsel und gehen in den dunkelsten Ton. Und den setzen wir uns wieder nur an den Außenwinkel und blenden den auch nur ganz leicht hier mit hoch. Also die Palette ist eine sehr natürliche Palette, aber sie geht von den Farben her schon eher ins Warme rein. Also falls ihr eine Natural Palette sucht, die aber eher einen kühlen Stich hat, dann ist die hier nichts für euch. Also die ist schon eher warm gehalten. Und wir nehmen uns jetzt aber nochmal den großen, fluffigen Pinsel und gehen ohne neues Produkt nochmal hier über die Ränder drüber, einfach um das nochmal schöner auszublenden. Ja, so weit, so gut. Also sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und als Schimmerton würde ich in den hier gehen. Der ist so ein bisschen Duochrome, finde ich. Also glänzt so leicht pink, aber auch so ein bisschen peachy. Und den geben wir uns dann mal aufs bewegliche Lid. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und gut pigmentiert, also gefällt mir gut. Passt auf jeden Fall super dazu. Ich würde mir dann den ganz dunklen Ton nochmal unten an den Wimpernkranz geben und auf dieses Auge auch schon mal Wimperntusche drauf machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, um dann die lilane Palette auszuprobieren. Dann machen wir mal weiter mit der lilane Palette. Und die sieht nochmal so aus. Da würde ich jetzt in den helllila Ton gehen und mir den mal in die Lidfalte geben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die lila Töne performen. Und ich möchte auch eher so einen soften lila Look machen. Also nicht, dass die Töne so extrem knallig rauskommen, sondern es eher so ein bisschen soft halten. Deshalb blende ich die Töne auch und platziere sie nicht mit Tupfen in meine Lidfalte, weil ich sie eben nicht so doll pigmentiert haben möchte, sondern eben einen ganz, ganz soften lila Look. Wenn ihr die Töne ein bisschen stärker haben möchtet, also stärker pigmentiert, dann empfiehlt sich das mit so einer tupfenden Bewegung, also dass ihr sie wirklich richtig platziert und auch mit einem, nicht so einem locker gebundenen Pinsel, sondern eben mit einem fester gebundenen Pinsel. Aber das möchte ich heute nicht. Und trotzdem ist der Ton gut pigmentiert. Also wirklich ein wunderschöner Ton und hat sich auch wahnsinnig leicht ausblenden lassen. Also wirklich toll, doch. Und dann nehmen wir uns aber auch einen kleineren Pinsel. Wir machen einen relativ einfachen Look, beziehungsweise ich möchte keinen von den braunen Tönen benutzen. Sondern eben mich auf die lila Töne fokussieren. Und deshalb gehen wir in den dunkellilanen Ton. Und den platzieren wir uns hier außen. Und das machen wir jetzt aber mal auch mit einem fester gebundenen Pinsel und tupfen den wirklich mal, weil ich im Außenwinkel den doch ein bisschen stärker haben möchte. Und dann blenden wir ihn ganz leicht hier mit hoch noch. Und auch trotzdem mit bis hier nach vorne. Und der ist auch sehr, sehr schön pigmentiert. Also tolle lila Farbe, wirklich. Und wir nehmen aber jetzt dann nochmal den fluffigeren Pinsel, gehen nochmal leicht in das helle Lila und gehen einmal nochmal oben hier über die Ränder drüber. Um das nochmal ein bisschen schöner zu machen. Doch, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ihr seht, dass ihr auch einen sehr soften lila Look damit hinbekommt. Ihr könnt die Töne aber auch viel, viel stärker pigmentiert auftragen, indem ihr das eben, wie ich gesagt habe, eher mit fester gebundenen Pinseln und tupfend auftragt. Aber so gefällt mir das schon sehr gut. Und dann gehen wir natürlich in diesen schönen lila Ton. Ja, und den geben wir uns über das komplette Lid. Und der ist auf jeden Fall auch super pigmentiert. Ja, mega schön. Wow, also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und doch, ich würde mir dann auch den dunklen lilanen Ton nochmal unten an den Wimpernkranz geben, Wimperntusche drauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich swatch euch auch beide Paletten nochmal, damit ihr einfach alle Töne nochmal seht. Ich habe euch beide Paletten nochmal geswatcht. Hier oben habt ihr die lila Palette. Da muss ich sagen, sind die Töne wirklich butterweich. Ich meine, bei der unten auch, aber hier auch. Dann habt ihr das schöne dunkle Braun und das helle Braun. Die haben wir ja eben nicht benutzt. Die sind aber auch super pigmentiert. Und wenn ihr dann zum Beispiel den Schimmerton dazu nehmt, den ich auch auf dem Auge habe, kriegt ihr auf jeden Fall einen sehr natürlichen Look hin. Ihr habt aber auch diesen dunkleren Schimmerton. Der schimmert so leicht. Also es ist auch wie so ein Duochrome eher, weil ihr so blaue Reflexe mit drin habt. Er wirkt zum Teil lila und zum Teil aber so ein bisschen blau auch. Also auch ein wunderschöner Ton, den ich auf jeden Fall mal noch benutzen muss. Und hier habt ihr eben die braune Palette. Auch alle Töne butterweich, super pigmentiert. Und da finde ich diesen Ton hier sehr, sehr interessant, denn der hat so einen leichten grünen Schimmer mit drinnen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sieht, aber er schimmert, wenn man ihn so vor sich hat, leicht grün. Und das sieht auch wahnsinnig interessant aus. Also den werde ich auch auf jeden Fall mal noch benutzen. Gut, dann gehen wir alles nochmal durch. Die Konturpalette hat mir super gefallen. Die Töne waren wahnsinnig cremig, sehr gut pigmentiert und haben sich super ausblenden lassen. Also die würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Den Highlighter finde ich, wie gesagt, auch super schön. Gehört jetzt zwar nicht zur neuen Kollektion dazu, aber hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, zu den Lidschattenpaletten muss ich nichts sagen. Wunderschöne Farbschemen und man hat zwei tolle Looks damit hinbekommen. Ja, also auch die zwei Paletten sind eine absolute Empfehlung von mir. Wirklich, wirklich toll. Guckt euch Kaleidos mal an. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Make-up-Brand. Und ich kann euch die Produkte bis jetzt, alle, die ich getestet habe, wirklich nur weiterempfehlen. Dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!